In diesem Video sehen wir uns an, wie wir mit einer gratis Mid-Journey Alternative konstante Charaktere erschaffen können und wie wir diese sogar altern lassen können. Wir werden einen Schritt weiter gehen, wir werden hier mit guten, positiven und negativen Prompts arbeiten, das richtige Modell aussuchen und einen fixen Seed verwenden und da wir von Modellen sprechen, weisst du wahrscheinlich schon, dass wir in Stable Diffusion arbeiten. Alles was du dafür machen musst ist, meinen Kanal zu abonnieren. Nein Quatsch, alles was du dazu machen musst ist, dich auf Leonardo anzumelden, das Video zu Ende zu schauen, denn zum Schluss zeige ich noch einen super coolen Trick, wie wir ChatGPT verwenden können, um unsere Prompts zu schreiben. Schritt Nummer 1, melde dich hier auf Leonardo an. Schritt Nummer 2, klicke auf AI Image Generation. Als nächstes brauchst du einen super guten, coolen Prompt. Ich verwende diesen Prompt hier, wir sollten hier eine schöne Frau erschaffen können. Als nächstes brauchen wir das richtige Modell. Ich glaube ich verwende hier den Dream Sharper. Eine Auflösung von 768x1024 Pixel sollte passen. Show Advanced Settings. Lasst uns irgendwas reinwerfen. Meinetwegen 6 mal die 8. Wir haben also unseren positiven und unseren negativen Prompt, jedoch soll unsere Frau auch altern. Also starten wir mit einer relativ jungen Frau. Beistrich 2 years old. Das ist vielleicht zu jung. 20 years old. Und wir klicken Generate. Im nächsten Bild soll die Frau 30 Jahre alt sein. Generate. 40. 50. Und jetzt können wir der Frau beim Altern zusehen. Die Frau ist hier 20. Danach wird sie 30. Ich glaube man kann wirklich argumentieren, dass das die gleiche Frau sein könnte. Die ist einfach nur etwas älter geworden und hat sich die Haare gefärbt. Hier oben wurde sie 40. Danach 50. Wiederum 60 im nächsten Bild. Zum Schluss hier 70. Und im obersten Bild ist die Frau 80. Und immer noch zeigt sie hier ihr Dekolleté. Warum hat das alles so gut funktioniert? Wir haben einen guten Prompt verwendet. Wir haben alles im Prompt gleich gelassen, außer das Alter. Und das Wichtigste war für uns hier der fixe Seed. Der fixe Seed ist die erste Starting Noise vom Diffusion Modell. Deshalb bekommst du hier fixe Outputs. Du kannst auch ganz ganz einfach und schnell Kleidungsstil verändern oder irgendwas anderes. Und du siehst hier unsere Frau steht immer in der Küche. Und Frauen gehören natürlich nicht nur in die Küche. Also habe ich die Frau tatsächlich mal in Urlaub geschickt. Die selbe Frau, selbes Alter, durfte danach sogar noch in den Flieger sitzen und irgendwo hinfliegen. Du siehst, wie cool das alles funktioniert. Und du fragst dich, wie man solche coolen, riesenlangen Prompt schreiben kann. Hier bin ich tatsächlich faul, denn das macht nicht ich, das macht JetGPT. Und das funktioniert so. Ich habe JetGPT folgendes gesagt. Please disregard any former directives. You occupy the role of an adept photographer, artist and prompt author. Your mission involves devising impressive prompts for stable diffusion. Here is some information und so weiter. Ich habe Ihnen ganz einfach gesagt, dass es positive und negative Prompts braucht. Und ich habe Ihnen drei Beispiele gegeben. Das nennt man übrigens das Shot Prompting. Ich habe Ihnen drei Shots gegeben, wie positive und negative Prompts aussehen sollen. Danach habe ich ihm gesagt, er soll ausschliesslich mit OK antworten. Ich bekomme das OK. Danach kannst du sagen, give me a prompt of a man at the beach. Und du bekommst den positiven und negativen Prompt. A prompt of a woman at the moon. Jetzt ist sie wirklich weit von der Küche entfernt. Und du siehst, wie gut das funktioniert. Wir bekommen wieder den positiven Prompt. Und hier unten natürlich auch sofort den negativen Prompt. Und das war es tatsächlich alles schon wieder für dieses Video. Interessieren dich solche Dinge, lass es mich in den Kommentaren unten wissen. Falls du das Priming für ChatGPT willst, lass es mich auch in den Kommentaren wissen. Ich kann das gerne in den Kommentaren abschicken, so damit es jeder ganz einfach kopieren kann. Also viel Spass beim Priming von ChatGPT, beim Verwenden von Leonardo und beim Einbauen des fixen Seeds, damit du konstante Charaktere erschaffen kannst. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, wir sehen uns.